Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet. Zu einem kleinen Tutorial hier von dem Sim Simulator. Wir haben oft jetzt Kommentare bekommen, im Discord wurden wir angeschrieben oder sogar E-Mails haben wir bekommen, dass ihr Probleme mit dem Sim Simulator habt. Entweder könnt ihr den nicht installieren oder aber ihr könnt ihn nicht starten. Er stützt einfach ab, er beendet sich einfach und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt hier mal kurz euch zeigen, wie wir das Ganze installiert haben. Vielleicht hilft es euch ja schon und von daher würde ich sagen, wenn wir mal anfangen, das Ganze jetzt hier ein bisschen abzuarbeiten. Als erstes gehen wir natürlich auf die Homepage von Sim Sim Simulator. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Wenn ihr da jetzt noch drauf drückt, dann können wir die Installation sogar komplett zusammen machen. Als erstes gehen wir jetzt hier natürlich hier oben auf Download und laden uns diese Datei hier runter. SIM Sim Simulator 1 490, wichtig. Die Datei ist rund 1 GB groß. Lasst das Ganze jetzt installieren oder runterladen und dann kümmern wir uns später darum. Scrollt ein bisschen weiter runter bis ans Ende und hier sind noch mal drei weitere Buttons, die eventuell wichtig sein könnten für euch. Das erste ist die NetFramework 461. Die sollte bei jedem eigentlich schon mittlerweile installiert sein, denn das ist eine ganz normale Programmiersprache. Viele Entwickler benutzen diese halt auch und liefern die halt automatisch mit. Deswegen sollte die nicht mehr notwendig sein. Sollte weiterhin Probleme später bestehen, versucht die einfach mal zu installieren. Schadet nichts mehr als eine Meldung, dass ihr eine neuere Version drauf habt. Passiert nicht. Also installiert dann halt nicht mehr weiter. Wichtig wäre wahrscheinlich diese Datei, die XNA4 Framework oder die XNA4 Redis Refresh. Die solltet ihr installieren. Das ist nämlich eine Programmiersprache, die nicht so oft benutzt wird und von daher könnte das der ausschlaggebende Punkt sein, warum bei euch zum Beispiel der SIM Simulator erst gar nicht startet. Deswegen installiert das Ganze, drückt hier auf den Download Button und ihr seht, die Datei ist schon runtergeladen. Öffnet das Ganze. Ihr seht jetzt so. Drückt auf Next, akzeptiert das Ganze und drückt jetzt auf Install. Dass es bei mir natürlich schon installiert ist, brauche ich das Ganze nicht. Wenn ihr das Ganze installiert habt, könntet ihr nochmal probieren, die andere Datei hier hinten zu nehmen, die XNA4 Redis Refresh. Das ist genau das gleiche eigentlich, bloß, dass er hier noch zwei, drei andere Zusatzsachen mit installiert. Ihr braucht nur das eine. Entweder das eine, das normale XNA oder das Refresh. Bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt das Refresh benutzt. Als nächstes müsst ihr euch jetzt noch einen Account erstellen. Euer Nicknamen, Passwort, E-Mail-Adresse und die Buchstaben da unten in Ziffern. Schickt das Ganze ab, schließt die Registrierung ab und wartet auf eine E-Mail. Es kann sein, dass da ein Link drin ist. Da bitte raufdrücken, damit bestätigt ihr euren E-Mail-Account, euer Account halt. Der Account ist dafür wichtig, dass dadurch, dass das Ganze ja hier über ein Abo-Modell unterstützt wird, erkennt ihr dadurch, ob ihr jetzt ein Abo-Modell abgeschlossen habt oder ihr eine kostenlose Version habt, weil das Ganze ja extern ist, außerhalb des Spiels, des Programms, der Simulation. Deswegen ist hier eine Registrierung erforderlich. Braucht ihr unbedingt, sonst startet das Ganze nicht. Als nächstes starten wir in den SIM-Simulator und ihr seht schon, da ist er. Jetzt kommt bei mir gleich ein zweites Bild, nicht wundern. Ihr seht das gleich nochmal, wahrscheinlich ein bisschen größer. Hier gebt ihr jetzt den Nicknamen einen von euch. Den, den ihr gerade erstellt habt. Darunter gibt es das Passwort, welches ihr gerade erstellt habt. Ich muss mal hier ums Mikrofon rum. So, bestätigt das Ganze einfach mit der Taste Enter. Automatisch wechseln wir jetzt in die Simulation rein und ihr seht, da. Wir sind da. Wenn ihr das erste Mal den SIM-Simulator startet, so hatte ich das jetzt gerade, dann werdet ihr unbedingt auch penetrant aufgefordert, eure Tasten zuzuweisen. Tut dies. Tut ihr das nicht und überspringt das Ganze. Kann es sein, dass der SIM-Simulator einfach abstürzt während des Ladens. Also, falls ihr Probleme damit hattet, dass einfach euer SIM-Simulator einfach ausgegangen ist, kann es sein, dass ihr nicht alle Tasten zugewiesen habt. Weist bitte alle Tasten zu. Wir haben das Ganze jetzt mit dem Lenkrad gemacht. Ihr seht es oben mit dem G29. Haben wir hier die ganzen Tasten jetzt raufgelegt. Wundervoll. Vielleicht könnt ihr hier auch nochmal ein bisschen gucken in den Settings, ob hier bei euch alles richtig eingestellt ist. Wir haben jetzt hier 2.560x1.440. Wir sind jetzt hier auf Fullscreen, 1.000 Meter und so weiter und so fort, wie ihr das Ganze haben möchtet. Wenn ihr das habt, speichert das Ganze und geht jetzt to work. Wird jetzt einfach aus, was ihr jetzt haben wollt. Wir wählen jetzt einfach mal so grob jetzt einfach hier das Ganze schnell aus. Select Brand. Ja, ja, ja. Das ist unser Bus. Drückt jetzt auf Start. Jetzt sollte eigentlich alles funktionieren. Also wenn ihr hier schon mal seid, dann habt ihr schon mal das Wichtigste geschafft. Und jetzt war es bei mir so gewesen, dass er bei mir so bei 90% einfach ausgegangen ist. Ohne Fehlermeldung oder sonstiges ist er einfach ausgegangen. Ohne Grund. Schuld war gewesen, dass ich die Tasten nicht zugewiesen hatte. Tja, und das war das Ende vom Lied gewesen. Ja, wenn man es denn weiß, dann ist man natürlich hinterher schlauer. Jetzt funktioniert alles. Und wir können uns jetzt hier endlich frei bewegen und können Bus fahren. Oder O-Bus oder Trolleybus oder Straßenbahn. Das ist jetzt euch alles frei zur Verfügung. Das Ding ist, wenn ihr wahrscheinlich Straßenbahn gefahren wärt, dann wäre er wahrscheinlich nicht abgestürzt, weil die Straßenbahn, die funktioniert mit anderen Sachen. Also die benutzt das Lenkrad nicht. Die nutzt ja meiner Meinung nach nur die Tastatur. Und da könnte es natürlich sein, dass er nicht abgestürzt ist. Aber wenn ihr jetzt nur euch wundert, ja okay, Straßenbahn könnte ich fahren, aber jetzt fußt den Bus nicht. Das kann dann, wie gesagt, daran liegen, weil die Tasten nicht zugewiesen sind. Also wichtig ist, auf jeden Fall diese drei Dateien runterladen. Also neben SIM natürlich diese drei extra Dateien. Versucht diese zu installieren. Eine Datei lässt sich auf jeden Fall installieren. Und die Tasten zuweisen. Das ist auch wichtig, wenn ihr das nicht getan habt. Dann sollte eigentlich alles funktionieren. Alles weitere entzieht sich leider meiner Kenntnis. Und da müsst ihr euch leider an SIMP wenden. Oder im Forum mal nachschauen von SIMP. Um vielleicht da euer Fehler zu finden, der irgendwie dafür zuständig ist. Aber im Normalfall sollte jetzt eigentlich alles funktionieren. Und bei jedem funktionieren. Gerne könnt ihr mir gerne ein Feedback da lassen. Auch für die zukünftigen natürlich Leute, die auf der Suche sind, nach einem Installationsguide hier für SIMP. Wäre es natürlich großartig, wenn euer Problem damit jetzt beseitigt wurde. Wenn ihr das unten gerne in die Kommentare postet. Damit man hier vielleicht so eine zentrale Quelle schaffen kann, wie das Ganze halt installiert wird. Ihr habt aber gesehen, groß kompliziert ist es nicht. Ihr habt schon fast alles richtig gemacht. Wahrscheinlich nur ein kleiner Fuzelfehler war da mit dabei gewesen, dass das Ganze dementsprechend nicht funktioniert hat. Ich saß jetzt hier auch gerade nochmal eine Stunde dran, um das Ganze lauffähig zu bekommen. Durch den Wechsel eines neuen Windows-Systems musste ich das Ganze ja auch nochmal neu installieren. Und ja, jetzt funktioniert es bei mir. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch damit helfen. Und bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch frohes SIMP-Fahren. Bis dann. Tschüss.